Moin Mädels! Moin Jungs! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Outlast! Mann, das ist aber lecker. Mensch, gut, dass da Leichen liegen, sonst hätt's wehgetan, ne? Das letzte Video ist jetzt ein paar Tage her. Ich war jetzt im Urlaub zwischenzeitlich, also im Urlaub zu Hause. Eieiei! Jojojojojo! Ich muss da irgendwie rauf, oder? Er ist jetzt aus dem Fenster gesprungen. Ah, das sind, glaub ich, Augen, das sind, glaub ich, Augen, 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 Augen. Fischer-Mens-Friend. Ja, ich liebe Horror-Games. Haha, nicht wahr? Weiß nicht, was das ist, das bin ich. Ei, ei, ei. Akku leer, ne? Müller-Trink her. Wo sind denn hier drin? Na, guck mal. Das Licht wird schwächer, ich lad mal nach, hier. Jön. Hier, er macht ne Biege. Ist jetzt unter mir, ne? Bruder, ich muss Schoß. Scheiße. Ei, ei, ei. Oh, 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 nee, nee. Bruder, nein! Aber er hat sie aufgemacht. ich weiß gerade nicht mehr so genau Finde einen anderen Weg in die Duschen Okay, okay, okay Dann gehen wir jetzt natürlich hier runter Ey, das sind diese simplen Sachen die mein Herz zum Exploden bringen Versteht ihr, wie ich mein? Ach, du liebe grüne Neune Du Arschloch Das ist schon eine richtig geile Idee Sieht aus wie so eine Arena hier, ne? Ja, ganz klasse Wenn wir hier noch auf Gladiator Ach man, ich gehe da jetzt rein Dann geht die Tür zu Dann sagen sie alle Dann kommt wieder der Dicke Und ich muss den irgendwie töten Ah Mich hört gar nichts Nicht so nice aus Okay, okay Wo ist denn der Jucker hin? Wieso geht ihr mir hinterher? Alter, diese Mucke Die macht mir auch Kirre Lass mich mal raus Du bist ganz schön hässlich, Mann Vermutlich soll ich jetzt hier hoch, oder was? Okay Das dürft ihr nicht mit mir machen hier Oh, hier steht was an der Wand Was steht denn hier drauf? Nachruf unter www.thedenverregel.com, Alter Rudolf G. Wernicke Dr. Rudolf G. Wernicke Alter, 90 Verstarb am 28. Februar 2009 In Ausübung der Arbeit Die er liebte Bla, 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 bla Was steht denn hier an der Wand? He did not kill his enemies Aufzug ist immer noch im Ass Also hier muss sowieso mal das Ordnungsamt vorbei, ne? Ganz klare Kiste Durch Das sind hier Zustände Batterie Badara Badaro Mann, dieses ganze Geklacker Hey Warum haust du mich? Mich hauen Wuhi, wuhi, wuhi Hey, 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 hey Hey Oh, oh, oh Weiter Oh, joi, 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 joi Aha Ab ins Loch wollt ihr jetzt, ne? Die kleinen Schweinchen Vielleicht kommt bestimmt wieder der Fleischmann Und will mich ärgern Da will ich irgendwie nicht lang Wallrider Ah, ja Aha Aber was soll jetzt auf der anderen Seite Aber ich glaube, auf die andere Seite müssen wir auch gar nicht Bin ich ehrlich Wir bleiben mal hier Aha Ach, ja Immer tiefer rein ins Loch, ne? Ich finde einen Weg aus der Kanalisation Moment Erst soll ich in die Showers Und jetzt soll ich aus der Kanalis- War ich jetzt schon in den Showers? Und hier kommt bestimmt gleich Loch Ness oder so Und will Ärger Ui, ui, ui Ich mach das ja gar nicht, ne? Wenn es überall so viele Wege gibt Gehe ich erstmal hier durch den Schlitz Keine Hand oder so Bitte nicht anfassen Danke Dreh zwei Ventile auf Um das Wasser abzulassen Ah, der Fleischmann Um das Wasser abzulassen Um das Wasser abzulassen Ja, 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 ja Aha Aufsatür Jetzt geht der Außenrum, ne? Aber ich hab' den veräst Ich hab' richtig Angst vor dem Also das Wasser hier rechts, das habe ich jetzt schon geschnallt. Okay, also hier sind diese Rohre. Eins führt nach hier. Hallo. Ah ja. Weil hier Schränke sind. Ab und Schrank. Ab und Schrank. Ab und Schrank, krank, krank, krank. Erstmal Schrankpause. Erstmal, wir haben jetzt Schrankdienst. Aha, da ist er nämlich. Nein. Nein. Wie, du guckst jetzt in den Schrank? Hä? Steh doch auf. Auf, auf, zu. Ah, weg. Ah, Gas. Was? Ah. Uh. Ab durch die Spalte. Ab durch die Spalte. Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia, Mama Ma. Ich frage jetzt nur, ob es langt. Du musst du mal halt da weg. Okay, jetzt gehst du da lang. Und dann gehe ich da rum. Und dann drehe ich an dem Schild. An dem Kurbelding. Oh, der war halt, der kann der Draht. Nein, 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 nein. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe keine Angst vor dir. Rein da in die Spalte. In die Spalte, in die Spalte, in die Spalte. In die Spalte. In die Spalte. Finde ich gar nicht blöd. Jetzt geh doch mal geradeaus. So. Jetzt aber, 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 jetzt aber. Easy. Das ist jetzt eine Tür. Drain Valve. Also. Rieh da jetzt dran und geh direkt in die Spalte rein. Weiß nicht, ob der hier gleich aus dem Schacht kommt, aus der Wand. Oder ob er hier diese Kackehaufen wegbölkt. Durchgespült. Der kommt ja gar nicht. Ja, da ist er doch. Und wir gehen hier schön wieder ins Asshole rein. Ähm. Ähm. Nee. Immer nach da. Oh mein Glück. Oh mein Gott, ich kann es nicht mehr sagen. So. Jetzt aber ab ins Loch. Tschüss. Okay, wie weit kann man hier rein? Soll mich das jetzt erschrecken oder was? Ja, also welcome to my crib. Ich wohne jetzt in der Kanalisation. Wo bin ich hier? Ey. Okay. Okay. I don't have to be scared of me. I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead. You know that, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. I'm just going to go here. I don't know, what's up there. I'm just going to go out here. I'm just going to go out here. I'm not going to go out here, how beautiful it is. Male ward, female ward. Is that Ahoy-Browser or what? Juni. Ah, natürlich will ich da rein. Natürlich will ich da nicht rein. My car. Roni! Lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch. Bitte, 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 bitte. Ja. Oh, nice. Ich kann klettern. Kamera, Lockdown, äh, Battery. Nein, 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 nein. Okay, ich will hier diese Treppe hoch. Moment, Moment, Moment. Wo ist er? Ich sehe den halt nicht. Also wir gehen da hoch, springen da ran und sind dann safe. Wisst ihr, wie ich mein? Von da nach da springen und dann raus. Los. Und ab dafür, ab dafür, ab dafür, ab dafür. Ja. Mashallah. So. Wo? Was? Nein. Achso. Was ist denn der Male ward, aller... Was ist denn der Male ward, aller? Dann...